Was mache ich da? Was mache ich da? Ich hatte vorhin eine Zocken. Ich habe vergessen, auf was wir es machen. Ich bin für die schlechte Stufe. 30. Hier wird der geheime Skin auszeigen. Ja. 90 Fortweil. Das sind alle Skins. Für das ist Lobby. Während wir das Seemarschefchen an. Ich hole mal den. Ich hasse den. Nur weil es immer den ist. Ich mache mal keins. Nope. Dann mache ich das. Und weil das ist wieder das. Ja, guck. Ich hole den Nimm ja irgendeinen Skin. Und let go. Ja, guck, ich nehme ja irgendeinen Skin. Nicht beraten. Guck mal. Was ist das jetzt? Nein. Das Ding. Ich mach ganz die Augen zu, Leute. Jochen, ich mach das. Ja, das liegt. Ja. Ja, das liegt. Das ist ein Auto, die sind. Ja, das liegt. Nein, nicht dies. Es geht wieder. Wir landen für viele. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht man das gut oder für schlecht? Ich bin nur online gekommen, weil ich gesehen habe, dass du live zum hattest. Ich habe gedacht, du wärst noch offline. Auf einmal gucke ich so YouTube. Auf einmal steht da so live. Ich habe jetzt die Challenges. Ich bin auf Auswahl und ich darf nur goldene Waffen nehmen. Ich habe die Challenges und Standards gemacht. Warte, ich mache das live stream weg. Kommentieren? Nein, ist doch mein Live-Event was zu kommentieren. Ich habe die Handschellen umbeenden. Ich habe die Handschellen umbeenden.